Hey Leute, was geht und herzlich willkommen bei einem neuen Video und heute, ihr seht schon im Titel, und zwar habe ich einfach keinen Bock mehr auf Fortnite, Bock einfach nicht mehr so. So, und zwar, ich werde für 600€ meinen Fortnite-Account verlosen. So, fangen wir mal Battle Royale an, hier. Das sind meine ganzen Skins. So, ihr könnt ja ein Video pausieren, dann seht ihr ja alle. Sind auch sehr wertvolle dabei, hier. Diesen 3-Bette-Pass, 100. Stufe. So, Rückmachsessoires, habe ich auch hier richtig gute, seht ihr ja. So. Hier noch Spitzhacken. So, ihr könnt ja wieder ein Video pausieren. So. Hier sind die ganzen Gleiter, ich habe hier auch Marco-Hänge-Gleiter, deswegen auch 600€, weil es sind halt wirklich wertvolle Sachen dabei. So. Ja, ich habe auch von jedem diesen Hänge-Gleiter, hier war es diesen 2 von Schnee, und hier war es diesen 1. So. Und, ja, dann hier noch die Spuren, könnt ihr auch mal alle angucken, Video pausieren, aber ich zeige die mal, die kann man nicht so gut erkennen. So, so. Zeigt die euch alle langsam. Ja, auch Eis. Okay. So, hier noch die ganzen Tänzer, könnt ihr auch Video pausieren. Es ist noch sehr wertvolle dabei. Der ist auch ein Beispiel. Oder der. Aber der ist jetzt nicht so. Aber der ist jetzt wertvoll zum Beispiel. Und, ja, ähm, hier ist auch ein sehr wertvoller, warte, irgendwo hier, warte, ja, hier Welle. Der ist auch wertvoll. So. Das waren dann halt alle meine Emotes. Hier sind meine ganzen Ladebildschirme. Hier noch 2 Musik. Und hier einmal meine ganzen Banner, weil ich habe auch Rettet die Welt. Ich werde euch gleich alles in Rettet die Welt zeigen. So, hier einmal. Dann noch hier. Dann noch hier habe ich auch ganz viele. So. Und, ja. So, Farbe ist ja Standard. So, dann gehen wir mal jetzt zu Rettet die Welt. Jo, okay. Dann gehen wir jetzt Rettet die Welt, Leute. Das halte ich euch auch mal. So, ich wurde gescammt. Deswegen bitte nicht böse sein, wenn ich keine Fallen und keine Metz habe. Aber Hauptsache Rettet die Welt, würde ich dann sagen. So, Skizzen. Hier kann ich euch mal alle zeigen. Also jetzt nicht besonders, aber ich habe da auf jeden Fall hier Elemente draufgepackt. Aber auch eigentlich relativ gute Stats. So, Rucksack. Hier seht ihr. So, ich glaube, ihr kennt die alle. Die sind auch sehr wertvolle. Hier zum Beispiel die beiden. Und die. Hier 106er auch. 2 80er. Und, ja. Hier sind auch ein paar Totengräber. Und hier Rattera auch sehr stark, Leute. Sammlung. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich bin da levelig. 66. Umwandeln habe ich hier ganz viel. Ressourcen seht ihr auch. Ganz gut hier. Ich habe 200k fast bei Skizzen. Hier Gold habe ich auch. Ja, geht. Tägliche Münzen ist sehr gut. So. Helden kann ich auch mal. So, warte. Helden Auswahl. Wartet mal. Da gehen wir wieder. Waffenlager. So, warte. Oh, hier sind keine. Ach, egal. So, Leute. Hier sind alle meine Helden. Habe ich auch sehr gute und auch ein paar wertvolle. Was wollen wir euch nicht zeigen? Verteidiger verwerte ich immer. Habe ich keine. So. Ja, das war eigentlich auch mein Account. Und ihr könnt auch oben links mein Blizz Level sehen. So, hier habe ich Karte. Ähm. Hier habe ich Langkarton. Ich bin gerade soweit. Also, ich habe schon was für Zonen. Fürstiger Zonen. Und, ja, Leute. So. Das war es dann auch mit dem. Wer hinter 600 Euro kaufen will. Schreibt das bitte in die Kommentare. Und, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und, ciao.